Liebe Simplan AG, lieber Herr Dr. Kästenbaum, die Endera Krankenhausberatung gratuliert Ihnen und Ihrem Unternehmen ganz herzlich zu Ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum. Gute acht Jahre davon durfte die Endera Krankenhausberatung Sie bei der Etablierung und Platzierung der ereignisorientierten Simulation im Krankenhaussektor unterstützen. Vieles dabei war von Erfolg geprägt, wie zum Beispiel die Planung des Zentralklinikums in Lörrach. Manches war weniger erfolgreich, wie die Etablierung eines Steuerungssystems für Covid-Patienten über Krankenhausgrenzen hinaus. Immer war aber eins bei unserer Zusammenarbeit prägend. Die Nähe, die Erreichbarkeit, die Unkompliziertheit des Austausches und Ihre Expertise dabei, unsere Branchenblindheit uns nicht krumm zu nehmen, sondern in Kreativität zu übersetzen. Wir hoffen, dass das auch in Zukunft weiter so geht und dass wir mit viel, viel erfolgreichen Projekten gemeinsam die nächsten 30 Jahre gemeinsam gestalten. Dafür wünsche ich Ihnen und uns alles Gute und bis demnächst. Ciao!